Ich liebe meine Arbeit im Ausland. In Deutschland arbeite ich mittlerweile so mittelgerne. Ich werde geliebt, weil ich Deutscher bin. Wir sind zuverlässig, wir sind pünktlich und es kommt jetzt Mittagessen. Dann will niemand neben dem Deutschen sitzen. Und der Deutsche arbeitet einfach weiter. Die Italiener und der Franzose und Amerikaner, die reden über das Essen, das Leben, die Liebe. Und der Deutsche sitzt am Mittagessen und sagt, Yes, the morning was not bad, but I think from the agenda we only covered three of the seven bullet points. Deutscher, erzähl doch mal was, hast du ein Hobby? Zeigt euch doch bitte, zumindest in den Pausen, als Mensch und nicht als Arbeitnehmer.